Wir fahren jetzt ein paar Tage runter ins Süden. Wir fahren gerade Richtung Lindau am Groensee. Da sind es jetzt noch momentan 583 Kilometer. Aber zur Zeit stehen wir leider im Stau. Morgen geht es dann weiter durch Österreich, Schweiz, nach Italien, nach Savona und bleiben da wahrscheinlich erstmal noch eine Nacht. Und fahren dann übermorgen de Côte d'Azur entlang Richtung Onaco und Saint-Tropez. So, wir sind immer noch unterwegs nach 8,5 Stunden. Und gerade mal 460 Kilometer und haben noch 200 Kilometer bis zum Bodensee. Stehen schon Roller im Stau. Mal gucken, wann man heute ankommt. So, nach 12 Stunden Fahrt sind wir jetzt endlich unten am Bodensee in Lindau angekommen. Nach etlichen Staus. Und Louis ist schon abends halb Zähne und jetzt wird noch was essen und dann gehen wir ins Bett. So, erste Nacht am Bodensee verbracht in Lindau. Wetter ist auch schön. Und gleich jetzt weiter Richtung Italien. Dann kam. Dann kam. Dann kam. Und dann kam. Dann kam. So, jetzt sind wir hier an der Grenze nach Österreich. So, jetzt sind wir an der Grenze an der Schweizer Schweiz. So, jetzt sind wir in Lichtenstein. 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 So, jetzt verlassen wir die Schweiz und fahren nach Italien. So, jetzt sind wir an der Grenze. So, jetzt sind wir in Lichtenstein. So, jetzt haben wir hier die Lichtenstein. So, jetzt sind die Lichtenstein-Lichtenstein-Lebuchar. So, jetzt sehen wir uns das mal an. So, jetzt haben wir hierzu. So, jetzt haben wir die Lichtenstein-Lebuchar. So, jetzt haben wir gerade die französische Grenze passiert und fahren jetzt nach Monaco. Hier ist Monaco, Sicht von oben. Hier ist Monaco. 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 Hier ist Monaco.